Sarah Engels 30 arbeitet hart an ihrer Fitness. Dass die Sängerin fleißig ist, dürfte wohl längst kein Geheimnis mehr sein. Egal, ob im Beruf oder privat, die ehrgeizige The Masked Singer Gewinnerin hat kein Problem damit, viele Termine wahrzunehmen und hart für ihre Ziele zu schuften. Das beweist sie auch in Sachen Sport. Sarah zieht im Fitnessstudio mal wieder voll durch. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 30-Jährige am Dienstagmorgen beim Training. Sie meisterte einige Kraftausdauerübungen, die mächtig anstrengend aussahen, mit Bravour. Dabei trug sie eine stylische Kombi aus Sport-BH und Leggings in Orange. Das Wichtigste zuerst, Fitness am Morgen. Hatte heute schwere Beine, aber ich merke immer wieder, wie gut mir der Sport tut. Es lohnt sich, aufzustehen, schrieb Sarah dazu. Dann appellierte sie auch an ihre Follower, also hoch mit euch. Sonst geht die Sportskanone oft mit ihrem Mann Julian Engels, 29, ins Gym, doch der darf sicherlich noch keinen Sport treiben. Ende Oktober wurde der Fußballer nämlich am Bein operiert, nachdem er sich einen fiesen Meniskusriss zugezogen hatte. Sarah sah ihm in der Genesungszeit eine große Stütze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017